Wie oft passiert es so, dass jemand spricht zu uns und wir verstehen das Komplettende? Wie oft passiert es das, wenn wir biblischen Text lesen, kommen wir zu schnell zu einer Feststellung? Das bedeutet das. Zu oft während des Gebets ertappen wir uns, dass wir uns ... Ach, ich habe jetzt einfach verstanden, alles klar. Ja, und diese Szenen erinnern uns und diese Szenen spielen sich ab heute in dem Evangelium. Wir sind Martas. Marta spricht mit Jesu. Sie spricht ihn an, sagt, dass wenn er da wäre, Lazarus würde nicht sterben. Das ist, was sie glaubt, was sie spürt. Und Jesu spricht zu ihr. Ja, das ist möglich. Ja, ich kann ihn aufwecken. Maria verschiebt das auf Ende der Zeiten. Sie versteht diese Auferstehung als etwas, was am Ende in den Zehnten. Das korrespondiert mit ihrem Wissen und ihrem Glauben über die Auferstehung. Jesu möchte wahrscheinlich ihr sagen, dass die Auferstehung ist ein viel breiteres Konzept, dass vielleicht das schon jetzt passieren kann. Und diese Auferstehung von Lazarus kann ein Zeichen dafür sein. Und wir haben so in diesem Dialog immer, Jesu möchte sie ein bisschen näher an diese Wahrheit bringen, sagt etwas. Und Maria antwortet. Und aus dieser Antwort wir als Zuschauer können denken, hat sie ihn wirklich verstanden? Sprechen sie nicht beide nebeneinander? Ja, ist gut möglich. Aber ist das so schlimm? Ja, ich habe mich gefragt, wäre es besser, wenn Magda sagen würde, ja, ja, ich verstehe dich komplett. Und nicht mal versuchen würde, das in eigenen Worte zu fassen, wie sie es verstanden hat. So denke ich, dass für uns wird es bedeuten, dass wir, egal wenn wir unseren Mitmenschen zuhören, Gott oder Evangelium oder Bibel, andere Texte, dass wir uns immer mehr Zeit nehmen, für eine Pause nachher, nicht so gleich an die Konklusionen zu kommen, nicht so gleich zusammenzufassen, sondern diesen Raum schaffen, wo das Gehörte, das Gelesene kann Wirkung zeigen. Und dann doch versuchen, in Worte zu fassen, wie wir es verstanden haben. Nicht zu entweichen, das ist ein Schritt, und zu lassen, das vielleicht morgen, verstehe ich ein bisschen mehr, durch das alles, was in meinem Leben passiert. So denke ich, dass dieses Evangelium zeigt uns uns selber, im Dialog mit Gott, wo er, wenn wir versuchen zu sagen, wie wir das verstanden haben, versucht er immer, unsere Herzen näher an seine Gedankenweise zu bringen, uns die Sachen zu erklären. Ja, das ist auch Einladung, das Evangelium Pause zu machen, nach all dem Gehörten, Gelesenen. Danke.